Wer von euch musste schon mal nachsitzen? Also ich musste das in meiner Schulzeit öfters, aber jedenfalls war meine Schule einfach so unkompliziert, dass der Lehrer mich beim Nachsitzen immer allein gelassen hat und ich irgendwas 200 Mal abschreiben musste. Natürlich habe ich das nur 5 Minuten lang gemacht und bin danach einfach nach Hause gegangen. Und nein, dabei hat mich nie jemand aufgehalten. Und es gab danach auch nie weiteren Ärger. Tschüss ihr Pisser! Ja gut, in der Berufsschule hatte ich deswegen ein unangenehmes Gespräch mit dem Direktor. Aber den mag eh keiner. Währenddessen mich bald 100.000 Menschen abonniert haben. Also checkt doch auch gern meinen Kanal ab. Danke!